Wir haben aus zahlreichen Gesprächen mit unseren Kunden das Feedback erhalten, dass aktuell eine große Unsicherheit für Urlaubsreisen innerhalb Europas besteht. Wir alle möchten nach der langen Zeit des Lockdowns natürlich wieder reisen. Mit Bring Me Home haben die Lufthansa Group Airlines ein neues und bisher einzigartiges Versprechen geschaffen, damit unsere Gäste ihren Sommerurlaub in Europa so unbeschwert wie möglich verbringen können. Unser Bring Me Home Versprechen gilt auf allen europäischen Strecken für alle bestehenden Buchungen bis zum Ende des Jahres. Wir bieten neben flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten eine grundsätzliche Rückfluggarantie. Auf allen europäischen Strecken und damit zusätzliche Sicherheit. Diese Rückfluggarantie gilt unabhängig vom gebuchten Tarif für alle Kunden und als Basisversprechen, unabhängig davon, auf welchem Vertriebskanal man sein Ticket gebucht hat. Unsere Kunden können sich, sollte es am Zielort Corona-bedingt zu Beeinträchtigungen kommen, darauf verlassen, dass sie mit den Airlines der Lufthansa Group nach Deutschland, Österreich oder auch in die Schweiz zurückgebracht werden. Notfalls auch per Sonderflug. Darüber hinaus haben wir unsere Tarife ab dem 25.06. mit einigen Neuerungen versehen, um die Rückreise für unsere Kunden noch flexibler und damit sorgenfreier zu machen. Für unsere sogenannten Economy Classic und Economy Flex Tarife haben wir in Zusammenarbeit mit der AXA ein Rundum-Sorglos-Paket geschnürt. Sollten Reisende beispielsweise wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen dürfen oder wird nach einem Covid-19-Test eine Quarantäne am Urlaubsort erforderlich, übernimmt die Versicherung die Kosten für die Quarantäne oder auch den medizinischen Rücktransport. Zudem bietet der Tarif in Zusammenarbeit mit der AXA die Möglichkeit, eine telefonische medizinische Beratung in Anspruch zu nehmen und mit einem deutschsprachigen Arzt, zum Beispiel per Videocall, zu sprechen. Auch während Hotelmeerkosten natürlich eine mögliche Quarantäne- oder Transportkosten getragen. Eben ein Rundum-Sorglos-Paket. Bei unserem Flex-Tarif in Economy, unserem Business Class, haben wir noch ein weiteres Element hinzugefügt. Mit der Bring-Me-Home-Now-Option erhalten Kunden die Garantie, mit der Lufthansa Group schnellstmöglich in die Heimat geflogen zu werden. Sie werden auf Wunsch auf den nächsten buchbaren Lufthansa Group-Flug nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz gebucht und nach Hause befördert, sollte es am Zielort coronabedingt zu persönlichen oder allgemeinen Beeinträchtigungen kommen. Diese Umbuchung auf einen früheren Rückflug ist bei Bring-Me-Home-Now immer kostenfrei. Es fallen weder Umbuchungsgebühren noch eine mögliche Tarifdifferenz an. Nein, die Tarife werden nicht teurer, sondern um die beschriebenen Leistungen für den Kunden ohne Zusatzkosten erweitert. Es ist uns wichtig, dass unsere Gäste die Sorge, dass sie im Urlaubsland stranden könnten, genommen wird. Die Tariferweiterungen werden zum 25. Juni und bis Ende August in den Heimatmärkten der Lufthansa Group in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Homepages der drei Airlines und über ausgewählte Partner-Fact fügbar sein. Wir wünschen unseren Gästen diesen Sommer eine gute und sichere Urlaubsreise. Bleiben Sie gesund, willkommen an Bord, wir freuen uns auf Sie! Bis zum nächsten Mal.